Es gab zur Zeit von Umar al-Khattab ein Beben in Medina. Und dann ist Umar auf Mimbar gegangen und er sagte den Leuten, ihr habt etwas gesündigt, ihr habt etwas schlecht gemacht, deshalb haben wir das bekommen. Wenn das wieder kommt, dann werde ich das und das machen. Das heißt, einmal diese, was man heute sagt, Naturkatastrophen. Okay, die sind von Natur physikalisch, aber was ist der Grund, was ist die Ursache? Und die Ursache ist, Allah sagt das im Koran, Das heißt, Uneil, es verbreitet auf Meer und auf Erde, mit dem, was die Leute durch ihre Hände geerntet haben. Was euch von Schlechten widerfahren ist, dann ist es durch das, was ihr in euren Händen gemacht habt. Und Allah verzeiht viel. Deshalb, Barakalofikum, ein Erdbeben oder etwas, was in Natur nicht normal ist, ist eine Warnung an die Leute. Und das ist eine Prüfung und eine Strafe, alles zusammen. Strafe für die Leute, die sündigen, Prüfung für die Leute, die versuchen, keine Sünden zu bekommen, aber weil sie mit ihnen sind. Und, Barakalofikum sagt, das ist sozusagen von physikalisch etwas, aber ursprünglich, Allah, wenn Allah etwas, was normal ist, dann ändert, das heißt, die Leute haben geändert. Ändern sie zum Guten, dann werden sie Gutes bekommen, ändern sie zum Schlechten, dann werden sie Schlechtes bekommen. Und nochmal, wir verbinden das zusammen, dass wir wissen, warum wir zum Beispiel einen Vulkan haben und wie, was ist beim Erdbeben, was passiert. Das heißt, die Schichten und so weiter, die bewegen sich und dann kommt, das ist, aber wer lässt das so, wer verursacht das? Wer gibt dem Befehl, dass das passiert? Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil die Menschen gewarnt werden. Gewarnt, bestraft und geprüft.